Hallo, ich bin's, Graf Zahl. Ihr kommt genau richtig zum Äpfelzählen mit mir. Also los! Eins, ein Apfel. Zwei, zwei Äpfel. Drei, drei Äpfel. Ja, drei, drei Äpfel. Ich liebe das, macht Spaß! Es sind... Was? Das sind doch niemals drei Äpfel? Wir zählen besser nochmal. Eins, ein Apfel. Zwei, zwei Äpfel. Ja, zwei, zwei, zwei Äpfel. Ist das nicht ein Spaß? Ist das nicht ein... Was? Das sind nie zwei Äpfel. Wir wollen diesen Mal zählen. Vielleicht zählt ihr mit mir eins, ein Apfel. Eins, ein Apfel. Riebelmonster! Oh nein, wo sind meine Äpfel? Ohne Äpfel kann ich nicht zählen! Aber die schmecken doch so gut, entschuldigen Sie Graf! Die ließen sich so gut zählen! Ich esse doch so gerne Äpfel! Jetzt habe ich überhaupt nichts mehr zu zählen! Was soll ich denn machen ohne Äpfel? Graf, ich hab's! Das hier kannst du zählen! Und das hier kannst du zählen! Und das hier auch! Gut, ne? Wundervoll und schon geht's los! Und ihr zählt alle mit! Eins, zwei, drei, drei Apfelreste! Und das hier ist das hier?